Erstes Kapitel. Lustige Tage. Es war einmal ein Junge, und das war Jens. Er hatte Zähne im Mund, und das haben wir ja alle. Aber Jens hatte in einem Zahn ein Loch, und in dem Loch wohnten zwei winzige Burschen, die hießen Karius und Baktus. Das waren vielleicht ein paar wunderliche Namen, aber es waren auch ein paar wunderliche Burschen. Sie waren so winzig klein, dass man sie nur durch ein starkes Vergrößerungsglas sehen konnte. Der eine hatte schwarze Haare, und der andere rote, und sie lebten beide von Süßigkeiten, und davon gab es hier genug. Sie sangen und hatten ihren Spaß, und wenn sie nicht schliefen oder aßen, dann klopften und hackten sie im Zahn, weil sie das Haus richtig groß und prächtig und geräumig machen wollten. Eines Tages meinte der eine von den beiden, nun wäre es genug. Karius, sagte er, jetzt haben wir geklopft und gehackt und gehackt und geklopft. Nun, finde ich, ist unser Haus groß genug. Aber darin stimmte Karius gar nicht mit ihm überein. Wir müssen es noch viel größer machen, sagte er. Du darfst nicht vergessen, dass wir Tag für Tag wachsen und größer werden, weil wir so viel Kuchen und Bonbons futtern. Streng dich mal ruhig ein bisschen an, Baktus. Ja, ja, dann strengen wir uns also an. Kurz darauf aber musste Baktus sich ausruhen, und er fing wieder an zu trödeln. Er blickte aus dem Fenster, und als er all die weißen Zähne sah, kam ihm plötzlich ein Gedanke. Du, Karius, sagte er. Ja, was gibt's denn? fragte Karius. Mir fällt ein, könnten wir uns nicht noch ein Haus da oben in dem Eckzahn bauen? Ich könnte mir vorstellen, dass es dort viel schöner ist als hier unten in dem finsteren Loch. Jösา des Zähnen! As savoir? Untertitelung des ZDF, 2020